Ich hab dich nicht getötet, ich hab dir vielleicht ein bisschen angeschossen. Liebevoll. Liebevoll angeschossen. Yo, yo, yo Leute und herzlich willkommen jetzt in einer weiteren Folge. Diesmal mit einem neuen Projekt und ich wurde trotzdem im Intro gekillt. Und zwar spielen wir, wie heißt das Spiel nochmal? Zombie Panic Surce, genau. Ein richtig Premium Spiel. Ja, kann man einfach mal sagen, könnt ihr gerne holen. Wir spielen gerade auf dem Zombie Gaming Server. Das sind einfach Deathmatch Server, also Spieler gegen Spieler. Im Normalfall ist das hier eine Zombie Apokalypse, aber wir spielen jetzt hier mal Team Deathmatch, einfach um das Spiel mal kurz zu zeigen. Jo, ich denke, jetzt wird man auch ein bisschen öfter spielen, das macht Spaß, auf jeden Fall. Ja, und wie ihr es schon seht, ich kann hier Waffen einsammeln von der Magnum Clock. Hier gibt es auch Shotguns und Winchester und das ganze Premium-Zeug habe ich noch nicht gefunden. Und Flaschen. Und Flaschen mit einer Winchester und einer Glock rum und einer Pfanne, nein, ein Eisbrech, Brecheisen. Und Kochtöpfe gibt es auch. Und hier ist mein Erzfeind, Alfs, und ich bin schon wieder gegen ihn gestorben. Ja, 200 Power-Up. Ja, der hat jetzt 200 Leben. Wir haben alle nur 100. Oh, jetzt habe ich keine Muni mehr. Aber für jeden Fall, es ist ein Indie-Game, keine Ahnung von welchem Entwickler. Aber es hat gut. Das ist irgendeine Modifikation von irgendeinem anderen Spiel. Ah, ich habe es auch vergessen, welches Spiel das war. So, jetzt habe ich auch keine Muni mehr, aber ich habe einen getötet. Ja, ich habe 150 Hells jetzt. Oh, super, Bratpfanne. Ja, ich habe nur noch Schraubenschlüssel. Das ist genauso geil. Ja, ich bin in Haus drin. Ja, Bratpfanne gegen Winchester. Markus, lass mich rein, lass mich rein, Markus. Ich bin hinter dir an der Tür. Kann ich nicht trauen. Wo tötet man mich schon? Ich töte dich gar nicht. Du bist schon nicht Auto-Win-Diesel. Lass nicht rein. Das ist mir auch voll getötet. Ich habe dich nicht getötet. Ich habe dir vielleicht ein bisschen angeschossen. Ja. Liebevoll. Liebevoll angeschossen. Wir können dir ja Futurman zeigen, was es heißt, liebevoll angeschossen zu werden. Naja, wenn er mich findet. Ja, komm doch du zu uns. Im Labdarknet. Ja, wo seid ihr, meine Freunde? Ich komme zu euch. In einem hübschen Haus, weil du die Winchester oder so wahrscheinlich hast. Aber weißt du was? Ich habe eine Supershortie. Ich habe noch 10 Leben. Ich habe 150. Komm doch vorbei. Ihr müsst dieses scheiß Regal wegräumen. Es kotzt an. Bis da zum Fenster. Boah, ich nehme mit 96 FPS auf. Ja, okay. Ich habe 60, aber das ist auch extrem viel für mich eigentlich. Ich spiele normalerweise alles auf 20 oder so. Also 60 für mich auch schon ziemlich geil. Ne, jetzt habe ich gerade 130 FPS. Ich glaube, ich habe eingestellt, dass er nicht höher wie 60 geht, weil er bleibt konstanter stehen. Ich habe da eigentlich auch eingestellt, aber bei 32, aber wie gesagt, bisschen mehr. Ja, ich bleibe auch genau da. Das Bretter, 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 Bretter. Weil ich habe ein Brett. Ein Brett vom Koffer oder was? Ne, wir fenstern, wir nageln jetzt alle Fenster hier zu, damit du draußen bleibst. Du meinst, das spiele ich so Lava, du kannst nicht rennen. Klar steht einer an der Tür, ich wurde abgeballert. Oh. Okay, ich gehe ans Fenster, du gehst an die Tür. Ne, ich schau jetzt mal, ob hier noch auf das Fenster ist. Okay, hier ist die Ute. Hals, Alter. Was geht mit dem Typ? Wo seid ihr? Ich seid halt im Haus. Ich habe hier etwas ganzes Haus angeschlichen. Warum höre ich gerade einen Zug? So, jetzt ist das Problem, wo ist das? War er ja nicht, wo? Ja, der Ute war schon wieder, ey. Ich bin noch im Haus. Ich fahre gerade am Haus. Da ist er ja nicht. Ja, aber vielleicht nicht bei uns am Haus. Oh, Gott. Und ich kann nicht mehr rennen, weil mein Leben so niedrig ist. Ey, das hat nichts mit Rennen zu tun. Ich kann trotzdem nicht rennen. Ja, du kannst du so und so lange rennen. Egal, wie viel dein Leben ist, das ist die Anzeige oben links. Ja, die ist leer. Wie leer ist das, das ist ein Problem? Oh, fuck, jetzt steht da natürlich einer vor der Tür, jetzt muss die Shotgun her. Boah, Mann! Warst du das? Ja, einer davon. Ja, ich habe, glaube ich, dich angeschossen und dann... Ja, ich habe nur noch zehn Leben gehabt. Aber der erfüllt echt die scheiß Minimap, ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist aber auch cool, dass hier keine Minimap ist. Also die Map hier kenne ich auch nicht. Ich habe gestern noch den Server schon mal ein bisschen gespielt, aber da war eine andere Map drauf. Die wechseln ja die Map irgendwie so alle drei, vier Stunden. Alle 690 Minuten, meinst du? Nein, alle drei, vier Stunden. Achso. Hier nicht. Ich habe, glaube ich, Hals getötet. Ich kann ja eh das Server für sich selber machen. Ja, und wenn ihr mitspielen wollt, ihr könnt natürlich gerne mitspielen. Wir machen auch mal einen Server auf, wenn wir genug Leute sind. Ja, das ist ziemlich einfach zu machen. Also einfach nur das Spiel holen und irgendeinen von uns niemanden fragen, dann läuft's. Oh, oh. Wer war das? Hey, Proto, das bist du? Ich habe dir doch nur eine Supershort in den Kopf gejagt. Ja. Der zieht kein Leben, der Penner. Ja, Spawn Protection. Achso. Vielleicht. Ey, Futur verziehe ich. Ganz ehrlich. Und nicht von hinten, okay? Muss ich meine Leben wieder auffüllen. So, bin ich wieder voll. Was willst du jetzt machen? Erstmal Munition suche ich hab nix mehr. Ich hab nur zwei Schuss gehabt. Ja, ich hab zwei voller Schottis. Also von dem her. Was gewinnt? Holststück oder Bratpfanne? Alles gleich stark im Nachkampf, glaube ich. Ich glaube, Rechteisen ist ein bisschen stärker, weil es eine höhere Range hat. Weil ich gegen Halbster ist alles im Nachkampf. Ja, ich hab ihn besiegt. Oh, nein. Das meine. Schon wieder am Arsch der Welt. Ey, tu mal das Ding weg. Wo? Hier an der Tür. Am Fenster. Am Fenster. So sterb ich hier. Ja, Fenster ist offen. Hier kämpfe, ja, old. Warum kommst du nicht auf den Ding? Ich bin auf dem Weg. Nagel gleich wieder zu. Ja, zu. Alter, man bist gefreckt, Alter. Was denn noch? Nein. Der muss doch jetzt tot sein. Wer, du hast ihn? Wen hab ich? Die vor der Tür. Ja, den hab ich. Aber gleich kommt einer durch Fenster, glaube ich. Nee, doch nicht. Er steht vor der Tür. Das Foto. Boah. Boah. Der Foto hat einfach drauf. Nein, ich bin tot, Markus. Wurde zerlegt von Mini-Falken. Nein, aber noch mehr. Ist sicher, der. Munde vor dir legt Money für die Pump. Oh, fuck. Ich brauche mal nix. Oh, da gibt's die Wacht. Oh, ich hab' Ganaten gefunden. Markus, ich weiß, wo Ganaten liegen. Ah, ich hab' eine M4. Ja, M4 ist jetzt nicht so geil. Okay, einer so. Nee, ist ne M5, sorry. Ja, was, was labert der Mini-Falk? Sag mal leise, bitte. Der ist bei uns jetzt so. Guck mal aus. Der ist, glaube ich, Frieden so. Ja, gib' ihm Frieden. Ja. Noch, Alter. Ich warte, ich, ich. Ey, da unten ist einer, der ist gut. Der hat ne scheiß Winchester. Oh, Mann. Oh, ich hab' ihn zerschlagen. Carlos Scheiß, Vater, Mann. Wahrscheinlich mein Brett. Ich hab' eine Granate aufgesammelt, Markus. Was? Noch mehr. Da, schon wieder der TV. Ey, Futur, verziele ich. Futur, ich hab' eine Granate geworfen, geh weg. Also, du bist schon wieder. Futur, wo bist du? Ey, noch 11 HP, ey. Echt? Ja. HALPS! What the one hit. What the one hit? Ja. Ach, sag ich jetzt, sag ich immer. Wo seid ihr? Ja, ich bin in dem Haus. Wir zwei haben noch gerade in der Steune gekämpft, Futur. Ja. Na, komm raus. Ja, ne. Ich rüsste mich gerade aus mit Winchester und so, du weißt schon. Mhm. Du kannst jetzt gerade, kannst du schon mal die Kimme knutschen mit der Winchester? Ich hab' gerade die Winchester nachgeladen. Dankeschön. Weil ich meine gefunden hab. Das war sehr liebenswert von dir. Ich hoffe, ich bin jetzt am richtigen Haus, weil dann schmeiß ich dich... Oh, Markus. Markus! Bitte! Scheiße! Ich bin wieder im Haus. 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 Oh, no. Der hat ein bisschen besser als der Kürz. Wie ich. Ich hab' halb's gehört. Oh, oh, jetzt hab' ich. Panzerung. Cool. Ja, der hat mich gerade verraten, der Penner. Ja, Mini-Falke, den kannst du nicht vertrauen, der ist ein Mini-Falke, Alter. Gangster. Ich hab' ihn getötet. Mit der Piste. Ich hab' schrei gehört. Okay, ich bin wieder drin im Haus. Ja, ich komm' auch gerade. Ich nagel gleich zu. Weil du hier willst. Ey, das bist ja gar nicht du. Das ist ja gut. Ne, ist wieder Mini-Falke. Hahaha. Wollte grad sagen, wo bist du? Töte ihn. Töte ihn. Wen denn? Ich bin tot. Hahaha. Ich dachte, du kommst rein, mach' halt auf und nur auf einmal steht der Mini-Falke. Warte, wer tut mich jetzt? Ah, Foto war's. Hahaha. 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 Ich hab' auch minus fünf. Lust ist übrigens hier auf dem Server schlecht. Keine Ahnung, das ist gerade irgendein Bug. Oh, jetzt wirst du nicht. Hä? Das ist eigentlich. Heiß